Ich lauf immer noch, Alter. Ist denn das wie ne Kotze? Also ich geh immer noch. Aber ein Zombie bis jetzt nur gesehen. Boah, 11 FPS, ey. Alter, wie schalte ich denn das um, dass ich hier keine... Ich weiß nicht, wo der Zombie ist. Hörst du, sagst du mir auch früh! Ist er bei dir? Weiß ich nicht. Ich hab grad's knurren oder so. Ja, ich kann nicht leuchten richtig mit der Taschenlamme. Ich hab' mir Baseball Cap gefunden. Nice. Ups, sag ich auch vor... Oh nein, ich hab's auch vorher in Schlemmen gemacht. Oh nein. Qualität. Wolken. Deaktivieren. Schatten. Niedrig. Kannst du auch einfach deaktivieren, hab' ich auch raus. Gehört. Gehört. Und selbst ich hab' einfach keine FPS in dieser Stadt. Texturen. Boah, das kommt mir so bekannt vor, aus AMA 2 grad, dieses Gebäude hier. Ich glaub' das ist auch einfach übernommen, oder? Na, das ist die Welt heute einfach. Was bist du? Nichts, was ich nehmen könnte. Anti-Aliasing hast du gesagt, Rüstfehler. Ja. Auch, ja. Ich hab' nen Kompass. Oh nein, jetzt kann man uns schon ein bisschen orientieren, jetzt. Ich kann das Ding nur schließen oder öffnen. Was ist das denn? Okay. Du öffne es. Äh, ich kann's nur schließen. Ups. Was auch immer es mir gebracht hat, das Teil jetzt zu schließen. Nimm's doch einfach. Oder geht's nicht, weil mein Inventory voll ist? Wie ich nicht rennen kann, Alter. Bist du nur bei den Häusern, oder wie? Wie? In so einem Mehrfamilienhaus bin ich drin. Ah, Kompass nehmen. Jetzt hab' ich nen Kompass. Jetzt hab' ich nen Kompass in der Hand, ich seh' ihn aber nicht. Weißt du, dumm. Alter, das ist richtig kacke, dass die Taschenlampe so ist. In diesem Park müssen sie echt fixen. Wie? Achso, dass du die so schräg hältst, oder wie? Ja. Äh, hallo? Du sollst Taschenlampe equippen. Ah, gut. So. Alter, ich hab' übelste Lacks. Ja, ich hab' übelste FPS-Einbrüche hier in der Stadt. Ja, FPS-Einbrüchen sind so auch, ja. Was ist... Ich hab' Desinfektions vorher gefunden. Ich kann's trinken. Ich benutze das jetzt einfach mal auf meiner Taschenlampe. Wie ich in dem Gebäude jetzt einfach hier nix sehe. Ja, ohne Licht. Ich hab' ja Licht, aber... Mal schräg unten, oder nicht? Ja. Ja. Daher. Kann ich die Motorrad-Hellen mitnehmen? Jo, kann's eigentlich, glaub ich, alles aufwürzen. Nee. Also der gibt mir grad... Aber das ist sowieso so pinglig genau irgendwie. Richtig eklig find ich das. Alter. Wo bist du eigentlich? Auch in so... Äh, in deiner Nähe halt. Aber ich kann nicht leuchten, Alter, weil's so rotzig kack ist. Auch in meiner Nähe. Ich hab' so'n Gebäude. Ja, aber man merkt auf jeden Fall schon die Parallelen zur Mod, muss man zugeben. Allein was die Menüführung und so angeht. Hä, wieso hast du jetzt Fäuste ausgerüstet? Hä, ich hab Bandages. Dann kannst du jetzt Blutungen stoppen, sehr schön. Ja. Und ich hab's immer noch in unten in der Nähe, Alter. Leuchte mal bitte in die Häuser rein. Ich hab' grad keine Taschnampe ausgerüstet. Moment. Ah, ich blute, hab' Hunger und bin durstig. Seh' ich grad. Muss mal zu mir laufen. Ähm, in welche Häuser soll ich denn reinleuchten? Die sind vieler. Ich bin ja auf der Straße. Auf der Straße da. Ich leuchte grad über die Straße. Ja, ja. Ich komm grad jetzt um ne Ecke hier. Ah, ich kann nicht richtig leuchten. Das ist die Kacke. Ja. Hier ist ne Kreuzung. Irgendein Zombie gehört. Das ist spätestens, was zupassen. Sehr unfair, ich bin in den Dienstgaufsgebäude drin. Boah leck. Na, leck das relativ viel Ultrasichtbesbrüche. Ich hier ist nochmal ganz hoch aufs Doppel, würde ich sagen. Du hast ne Schule. Ja. Kann sein, dass das Endesflöten wird. Ich bin auf dem Dach. Äh, jo. Das ist Schule. Was tut die? Warum packt sie immer die Taschenoppe weg, nachdem ich nicht die Leiter hochgeklemmert bin? Aber wirklich erst, nachdem ich die Leiter hochgeklemmert bin. Oh, fuck! Was? Ich ging in so einen Stock, äh, in so ein Zimmer rein. Was war da? Ich höre es gerade knurren. Alter, ich blute wirklich wie sonst was. Ich finde jetzt keine Leiter hier gerade, weil ich nicht sehen kann, wo eine Leiter ist. Oh, das leckt hier übelst. Lass eine Leiter, glaube ich. Jo, hier ist eine Leiter. Es wäre nicht schlecht, wenn du mir den Verband geben könntest. Hat mich der Zombie denn getroffen, oder was ging ab, Alter? Ich komme da gerade hoch. Ich bin voll am Saften, binne. Ich bin, komm hoch. Ich bin jetzt oben. Du bist runtergegangen. Komm wieder hoch. Ah, du bist ganz oben? Ja. Warte. Du hast gerade durcheinander durchgekrabbelt, oder was? Jo. Also ich gucke, wie ich dich nunmehr helfen kann. Wir starten beim Schatten. Shit da auch im Chat. Oh ja, voll an meinem großen Zeh. Anscheinend habe ich echt Probleme damit. Fertig. Fertig? Fertig? Fertig nicht. Bei mir steht immer noch Bleeding. Das ist ein Not-Longer-Bleeding. Ah, jetzt habe ich aufgezogen. Ich bin jetzt. Ich bin nur Hunger und habe durchschnitt. Ja, weiß der Weide der Sie normalerweise sofort tot oder so umsprungen. Hier, guck mal, das ist mein Kompass. Das ist mein Kompass. Mein Kompass ist amazing. Und ich müsste den mal öffnen. Ähm. Schattenspiele. Was ist das? Schattenspiele. So, wie Apo, was machen wir als erstes? Schattenspiele. Ja, ich würde gerne mal reconnecten. Nein, ich weiß nicht, ob ich wieder so aufkomme. Weil immer das tört mich ab. Warum kann ich das Spiel mit Controller spielen? Äh, du bist gerade weg. Ja, ich habe da gesagt, Spielkontakte. Du leuchtest ja aber immer noch. Das Wolfi-Use-Modified-Data-File. Denn da steht Curry-Null-MS. So wie die anderen. Du bist wieder da. Darf ich dich mal hauen? Du stehst hier die ganze Zeit so dumm rum. Bitte, bitte, bitte. Nein. Jetzt hast du zweimal Leuchtkegel, Alter. Siehst du den anderen auch noch da an der Wand? Nö. Aber immer noch nicht. Ich habe immer noch die Kacke hier. Ich bring mich um. Nicht, Alter, what the fuck? You are dead. Alter, so ein Vollhorst, ey. Alter, wie? Wirklich, wie? Da steht einfach nur, you are dead. Das ist halt Technik pur. Da kann man immer noch so eine schöne Hand, denn immer bei Daisy, you are dead. You are dead. Ja, das ist W-O-W, weil... Ich bin nicht gerade in der Aufnahme, das ist dir bewusst, ne? Was? Lass, du hast gesagt, Mann. Ich begutachte gerade deine Leiche. Weil wir sind immer noch you are dead. Will ich dir erst rausgehen, oder wie? Neustart, Gott. Wo hast du den Zombie jetzt eigentlich hingelotst? Kein Plan. Du bist doch irgendwo unten hocken. Please raid. Ah, da ist er. Ach, der backt sich einfach durch die Wand durch. Ippisch. Ähm... Ich höre Wellen, aber sehe nix. Passt doch zu dir. Komm her, Zombie. Bin bereit für den Boxkampf. Wenn ich hier keine Leiter runterfinde. Ach, ich bin jetzt auf so einen Standard-Startpunkt hier von damals. Und leck mich, der Kegel ist immer noch da unten. Das ist wahrscheinlich irgendeine Einstellung. Ja, was denn für eine Einstellung? Frag mich nicht. Ich habe sie nicht getroffen. Ich hatte sie aber vorhin auch. Ob ich hier rumschleiche, Alter. Und ich sehe nichts. Und es leckt. Vielleicht gibt es ja einen netten Menschen da draußen. Der Wolfi vögeln kann. Dafür kann ich das Netzgevortieren. Ah. Drück niemals die Maltaste. Warum? Tu es einfach mal. Sag mir, was passiert? Ich bin in der Aufnahme. Das ist dir bewusst, ne? Ja, äh. Ach so, ist das deine Aufnahmetaste, oder wie? Nein, aber... Du weißt ja, meine Aufnahmetaste von Payday noch. Bei Java ist das Däum, bei mir ist das das Plus. Daraus hatten wir doch für dich mal eine schöne Formel gemacht. Die Matheaufgabe gestellt. Nee, du kannst das einfach nur so drücken. Und dann musst du mal laufen. Dann wirst du sehen, was ich meine. Okay. So. Ah. Drück mal F. F1. Ach, da macht man gerade Handposen, oder wie? Ja, das habe ich nämlich vorhin gemacht, anscheinend. Ich sehe da eine Taschenlampe, aber das bist wahrscheinlich nicht du, ne? Nö, ich hab eine aus. Ich würde gerne mal eine Taschenlampe mal richtig benutzen können. Oh, komischerweise komme ich in den Handler nicht rein. Also, die Loot Spawns sind mal richtig... Scheiße. Ja, und vor allem, hau mal gegen eine Wand, oder so. Wieso? Tu's einfach. Vor allem, wie das Blut aus mir raus spritzt, Alter, ey. Wie kriege ich denn die Scheiße wieder richtig hin, hier, ey? Vor allem, weil du die Loots auch gar nicht richtig benutzen kannst. Die liegen da einfach rum. Hä, was ist denn jetzt mit dir los? Alter, what? Was ist passiert? Was ist passiert? Ich glaube, der Zombie hat mich gerade durchs Gelände geprügelt. Und? Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe nichts gesehen. Und wie ging es jetzt weiter nach You Are Dead? Äh, Escape und dann Neustart. Neustart. Wieso konnte ich hier sofort was looten? Was the fuck, du hier sofort was looten? Oh, jetzt habe ich die da schon aber auch so dumm angelegt. Das ist ein Bug, denke ich mal. Ist ja blöd, du. Aber ist immer noch nicht richtig hell, ey. Alter, wir hatten so Glück mit den Spawns, dass wir genau nebeneinander gespawnt sind, ne? Ja. Ich meine, ich bin jetzt auch an dem Strand gespawnt, aber wer weiß, in welche Richtung du dran bist. Ich lauf gerade nach. Also wenn du vom Strand jetzt sind nach dem, äh, Osten. Ja, wie soll ich, woher soll ich wissen, was Osten ist? Wenn du am Strand stehst. Ja, gut. Ich ranne gerade Richtung Stadt, wo die ganzen Lichter sind. Die ganzen Taschenlampen. Aber ganz ehrlich, wenn ich so ein Zombie schläge, du merkst das gar nicht. Ich bin bei Kambiwobo. Kambodscha. Boah, die Taschenlampen ist so dreckig, ey. Das ist halt eigentlich mal Tag, wenn. Tja, bin ich auch voll für. Ey, hier wirklich in so einen kleinen Schlitten spawnen wirklich gar nichts, ey. Kann man irgendwie die Brightness hochstellen? Weiß ich nicht. Helligkeit, die auch kannst du hochstellen. Wo denn? Video. Ah, da. Und die Gamma kannst du jetzt hochstellen. Oh, du siehst übelst viel wieder. Scheiß Taschenlampen mache ich jetzt mal aus. Sieht zwar ultras hässlich aus, aber... Das ist übelst viel. Die Gamma darf ich gar nicht so hochstellen, das sieht richtig hässlich aus. Ich mache jetzt einfach mal, damit ich was sehe, alter, ey. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich laufe jetzt, glaube ich, Richtung Schernow wieder. Okay. Die Mausbeschleunigung ist auch scheiße, aber die konnte ich vorhin nicht ausstellen. Ausstellen. Mausbeschleunigung ausstellen. Ja. Mausbeschleunigung muss aus sein, vor allem für Ego-Shooter. Das Tödlichste, was du anmachen kannst. Boah, das sieht so matschig aus, wenn man das anhat, ne? Ja. Aber man sieht was. Ah, ist das eine Schule oder ein Supermarkt? Oder so. Sieht aus wie ein Supermarkt. Also finden tut man wirklich nichts. Oder es gibt hier wieder diese schön berichtigten Serverjumper. Wodurch alles weg ist. Also Serverhopper. Die gibt es ja leider in allen Sachen Spielen. Was ich voll traurig finde und schon. Ich glaube mal nicht. Ja, ich glaube hier schon. Und jetzt war... Wow. Nicht überall. Ich meine, ich habe ja kaum was gefunden. Immer eine Waffe irgendwie oder sowas. Ich finde auch nur alle fünf Gebäude etwas. Okay, kann ich das nicht erkennen. Ich habe jetzt sechs Gebäude abgeguckt und habe nichts gefunden. Sie denkt, muss eine Taschenlampe. Ja, sehe ich schon die ganze Zeit. Aber ich bin jetzt auch in so einer größeren Stadt. Es kann auch sein, dass ich gerade zum Flughafen gehe. Also der unten an der Kiste ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe doch an sich nie gespielt. Was ist denn das da? Ne, ich laufe nach Schärnung. Hä? Ist das ein Lager oder wie? Ich gehe mal schwimmen. Was ist denn das? Atlas Bio-Port. B-Port. This B-Port provides solid support for longer Ranger equipment. Ach, das ist ein Waffenattentionement oder wie? Okay. Waffen-Mot hast du schon mal gefunden anscheinend. Wenn du nicht rennen kannst, Alter, im Wasser. Oh, jetzt schwimme ich. Dann fällt das Rennen auch schwer, wenn man gerade am Schwimmen ist. Ich gehe nicht schwimmen, glaube ich. Oh, jetzt kann ich... Das ist auch immer gar nicht. Ich backte gerade den Boden, weil mir nur in den Koffer rausgeguckt. Ja, finde ich so. Was? Ja, ich schwimme auch noch im flachen Wasser. Wo wirklich kein Wasser mehr war. Ich schwimme wirklich gerade einfach noch. Das habe ich ja noch nie gesehen hier. Tear into Wax. You have crafted Wax. Ah, Bandagen. Nein, das will ich nicht benutzen. Abbrechen. Aufstehen. Ich habe Bandagen. Hatte ich vorhin auch. Aber ich habe sie gecraftet. Nicht gefunden. Habe ich sie auch gecraftet. Ja, ja, jetzt will ich angehen. Ja, ja, jetzt will ich angehen. Ich habe nichts gesehen. Ist es schon hell? Kann ich das... Kann man wieder vernünftig stellen? Sieht nämlich echt eklig aus. Also bei mir ist es jetzt nicht hell. Ist es auch nicht. Was hast du merkt, wenn du gar nichts mehr sehen kannst? Ich glaube, der hat die Taschenlampe aber auch wieder richtig. Nein, da geht es nicht weiter. Meine hält es ja immer noch beschissen. Ich habe keine Ahnung, in welchen Faktoren es liegt. Jetzt komme ich die Treppe wieder nicht hoch. Auf eins freue ich mich auf morgen, ey. Also heute, ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Ich denke mal, noch nicht, dass es so spät ist. Nein, nein, nicht so gerade gar nicht hier schützt. Ich bin bei Ihnen überhaupt... ...in deinem Popo. Nee. Ich stehe nicht so viel wie Paziumsmonos. Warum hast du es dann im Popo? Habe ich gar nicht. Willst du nachgucken oder wie? Habe ich schon. Äh. Ja, das dachte ich mir auch, als ich drin war. Hinterher ist man immer schlauer. Oh, bitte deabonniert Curry. Hinterher ist man immer schlauer, du. Pass auf, jetzt ist so ein Spieler auf K und ich boxe ihn tot. Wie gesagt, du merkst nicht mal, dass du Schaden machst. Hast du jetzt mal gegen eine Wand oder so gehauen? Nee, noch nicht. Hat der keine Wand. Oder am Boden? Oh, dass das so gut auch geht. Also ich glaube, es geht. Käpt'n grausam. Ich habe keine Waffe gefunden. Wirklich keine. Ich finde nur Kleidung. Sehe Bäume. Und habe bis jetzt nur eins von mir gesehen. Das soll es mir wert sein. Na gut. Das ist es mir wert, 50 Euro zu bezahlen. Ich habe eine Leiche gefunden. Die hat aber nichts dabei. Nicht mal meine Taschenlampe. Ich will ein Backpack. Ah, da ist seine Taschenlampe hingefallen. Ich weiß doch, wir haben auch kein Backpack, ja? Musst du jetzt auch finden. Ich glaube, ich habe gerade seine Taschenlampe angemacht, glaube ich. Ich werde einfach mal nachher gucken, wenn ich mal jetzt aufhören, gucken, ob da überhaupt Waffen zu finden gibt oder sowas. Sonst schweben wir oder sowas. Gucken. Na Quatsch. Freut mich nicht zu spoilern. Suche ich lieber. Ja. Suchen wir ewig. Ja, wir haben jetzt Waffen eingefallen. Das Spiel besteht, daraus zu suchen. Also ist das scheißegal. Ich will nur gucken, ob es nur welche gibt überhaupt. Ja, lass dich doch lieber überraschen. Wenn das Update rauskommt. Ja, wir haben jetzt auch Waffen hinzugefügt. Ja, du musst so oder so suchen in diesem Spiel. Das ist also scheißegal. Jo, ich glaube, ich laufe... Nee, das ist nicht Scherner. Wo bin ich denn hier, Mann, hier? Könnte auch Elektro sein. Nee, das ist Scherner. Oder? Elektro? Ich will doch nur spielen. Oh. Also kommt es mir nur so vor. Da hatten die in den Trailer wirklich schon mehr als jetzt fertig. Ich habe die in den Trailer nicht angeguckt. Die hatten noch... Habe ich dir das schon mal gezeigt. So ein GameStar-Trailer und sowas. Ach so, ja. Wo die da auf der... War das E3? Ich weiß es gar nicht. Ach, diesen... Da haben sie hohenweise schon fertig gehabt. Ich glaube, das ist Elektro. Oh, Elektro kann ich ein bisschen aus noch. Das muss man mal so einen Vergleich ziehen. Standalone und dann die DayZ-Mod. Ja, kann es ja noch nicht. Die sind ja noch nicht auf dem gleichen Stand. Ja, wie es bis jetzt ist. Also, wie es bis jetzt aussieht. Immer so, wenn so ein neues Update und so richtig gut neu rauskommt. Gucken wir, was dann später besser wird. Tanz der hat ja auch eine Idee. Sag mal, gucken wir, was ist das? Bei der Mod oder die ist halt der Lohn? Aber bis jetzt laufen, ist doch nicht viel besser als in der scheiß Mod. Sie laufen durch Wände durch. Schweben Treppen hoch und so nicht durchs Gelände. Du kennst ja von der Mod noch halt. Ja, das ist Elektro. Die sind doch immer so streng gelaufen. Ja, weil Arma keine Zombie-Mod unterstützt. Äh, keine Zombie-KI unterstützt. Die sollen auch diesmal auf dich springen. Also so richtig so ein Sprungmodus. Ja, ja. Ist ja eine Stampe vorhin. Kannst du sagen, das ist ein Spieler? Nee, ist nur noch ein Schild. Könnte dir auch wehtun. Ja, ich höre auch so ein bisschen Wind. Alter, du rennst vom Zombie weg, drehst jetzt ruckartig um und rennst mit dem Gesicht dagegen. So guckst du nach hinten, hä? Ein bisschen so ein Stoppschild, Alter. So, was habe ich denn hier gefunden? Bahnübergang. Was bist du? Ich bin du. Jupp, Elektro, geil. Ich glaube, muss... Oh fuck, wo war der Superman... Äh, wo war der Superman wollte ich gerade suchen? Ich habe jetzt eine Pipe. So eine Rohrzange. Kannst du das schlagen? Ja. Cool. Denke ich mal. Ja, Verbindungsfehler, hast du es auch? Rote Latenz? Momentan gerade nicht. Aber ich fühle mich durstig. Ich gar nicht an sich. Doch, dursti. Bei mir spammt ich das die ganze Zeit im Chat. Also ich würde lieber wieder diese Anzeigen haben unten rechts, um mein Licht zu sein. Oh, der liegt nicht echt auf dem Boden. Ich weiß noch nicht, ob sie es noch nicht reinbringen konnten oder das jetzt einfach keine Priorität hatte. Ich weiß es nicht, aber bis jetzt haben sie gesagt, die wollen es noch nicht reinmachen. So realistischer. Es ist realistischer, wenn ich alle fünf Minuten sage, ich bin durstig. Nee, der setzt ja irgendwie mal dein, äh, also ich weiß nicht, ob ich das mal richtig verstanden habe, dass der, wenn der mal anknurrt, einfach, die wollen das mal anknurren und dann so reinmachen. Drink Soda. Scheiße. Das Interessante ist, wenn du was auf dem Boden trinkst, ist die Dose immer noch da. Gut. You're already using something. Nee, ich benutze grad nichts. Das gehe ich schon wieder, Alter. Was ist das für eine Rotze, ey? Drink Soda. Look, 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 look. Und die Soda steht immer noch da. Aber ich werde auch nicht frischer. Ach, wie geil ist das denn? Alter, wie, man kann...